Ich glaube, im Lokalen kennt man seine Zielgruppe ganz gut. Das auf jeden Fall nutzen, sich sehr genau überlegen, für wen mache ich das hier eigentlich. Dann erzähle eine Geschichte im Crowdfunding. Also das ganze Crowdfunding ist wahnsinnig spannend. Das ist so ein Alles-oder-Nichts-Fall. Und das muss man, glaube ich, auch erzählen über die Zeit. Und das dritte, planen genug Zeit ein, weil es ist echt anstrengend. Also das Crowdfunding lief vier Wochen, aber wir mussten das natürlich vorher auch noch einige Tage vorbereiten. Hinterher versendet man dann noch die Geschenke und so. Ja, also so fünf, sechs Wochen gehen schon drauf. Also bei bestimmten Geschenken muss man, glaube ich, darauf achten, dass der Aufwand im Verhältnis zum Nutzen steht. Also da hatten wir zum Beispiel so ein Video, was wir als Geschenk vorher angepriesen haben, was halt super viel Arbeit war im Nachhinein. Da würde ich, glaube ich, vorher noch mal genau überlegen, wie viel Arbeit steckt man in so ein Geschenk. Wir machen Crowdfunding ja schon langfristig, aber es ist nicht die einzige Finanzierung. Ich glaube, nur auf Crowdfunding zu setzen, ist schon ein gewisses Risiko und würde ich im Moment zumindest nicht machen. Wir machen uns so ein gewisses Risiko. Vielen Dank.